Musik Damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video von mir, ich bin Dennis Heute mal wieder GTA 5 Story Modus, Folge 14 müsste das sein Ich habe ungefähr einen Monat keine Folge aufgenommen Ich habe keine Ahnung, wo wir waren, wo wir stehen Ich war währenddessen noch zwei Wochen krank, beziehungsweise fast drei sogar Und ja, ich habe schon die Steuerung verlernt hier So, wir können einmal nach Federal Investigation Burial gehen, oder je nachdem Oder wir gehen nach, ja, zu Fragezeichen für Franklin Wir gehen erst mal zu B bei, ne, Michael Gucken wir mal Ich habe wirklich die Steuerung verlernt Ich merke gerade, die GTA-Folgen kommen sehr gut an Fast immer über 30 Aufrufe Leider nicht so wie The Walking, der hätte ich mir mehr gewinnen, oder? Aber The Walking ist wirklich ein Masterpreis Hey Lester Mike, hey, I'm transferring your cut of the Jewel Store take to your account Madrazo's already got the house money, so you can rest easy there Ah, thank god for that So 67.000 Ja, baby Ich habe noch einmal hier hoch Schon wieder der Das ist wirklich lange her Na dann Kommt da aus, sind wir in Deutschland, oder was? Hier einmal bitte nicht durchgehen, ne? Äh, hier, ne? Glaube ich Oder hoch Du bist ein Schuss, du kennst? Schau dir, wo du bist Es ist schwer zu kommen, aber du bist Du bist nicht so gut, oder? Du bist so gut, oder? Du bist so gut, oder? Geh über ihn Okay Davey Wie geht's? Wie geht's? Wie kann man erwartet? Aber die Berichtung ist nicht gut Ich weiß nicht was du sprachst Ich weiß, dass du das ganze Scheiße gemacht hast Davey, wirklich? Du bist so gut, du erinnerst? Du bist so gut Du bist so gut Oh, wir haben Probleme Ja, keine Scheiße Wir sind in Wir sind zusammen So So If If Your problems Are My problems Then I guess That means that My problems Are sort of Your problems Uh uh Nope What if What if I lose my job? Someone comes into my office Starts reading my files They'll see the things I did I know a lot of stuff I can cop a plea Get five years But you Fuck you You ungrateful prick I made your career Well Well Then we better go about saving it together Because You and I both know we can't let it go to shit now What do you need? This guy Ferdinand Karoloff The agency claims he's dead We at the bureau think they're full of crap We think he's being debriefed someplace So? Apparently He has information which will put me and my superiors out of circulation Those agency fuckers have got the coroner's office locked down We need you to verify the body So how the hell am I gonna get in here? Well You've played dead before, haven't you? Okay I have always kinda liked you Call me when you wake up I'll tell you what to do What we got? John Doe White male Overweight In his late forties Huffle coroner Let's take a peek The fat deposits on his hips and abdomen Suggest a fondness for bleeder burgers We're probably about to find one in his gut Still in his wrapper Right next to the bottle of scotch and pack of redwoods See the broken capillaries around the nose? Back from the dead, motherfucker! Okay Come out! Hands in the air! Come out! Might be in the other room You wanna end up on the slab? Out! Now! Huh? That doesn't look right Yeah, definitely not Guess you can't judge a corpse by its toe tag I found the toe tag Ferdinand Karamoff Ferdinand Karamoff It's on some big black lady Definitely not your guy Okay The agency have the lower floors on lockdown to prevent a leak I got a guy who can cut the power to give you some help But you'll have to get upstairs if you're gonna get out Hey! Stop! Put your hands on your hands! Dickhead! You are an idiot! Hold on! Move on! Move on! This is fuck! Cram! Move on! Take cover! Move on! Ah! Put him down, people! Agent down! Just let me go! You're mine! Yeah, you died! Trust me! I'm not interested in the truth! Have I ever caught him? Oh shit! Oh, 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 oh! Is this the way out? Oh, wow. Oh, wow. Ah, calm. Ah! Oh, wow. Oh, wow. Ah! Oh, wow. I should have stayed on the slab We are locked down, you have to take the stairs It's all a big misunderstanding What a schwarze Ah, he's probably going up, right? Up or down? Hey, I've already died once today Here I come Then we go down No, it doesn't go down, it was already up Oh shit It's like an Outlast So Speedrun Mäßig This is fucked Aua This is the way Here's the way We are going down oh just let me go oh oh help 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 wow L.S.P.D. Stop the car! Stop the goddamn car! Nein! Mauer. Weißt du, war jetzt einfach U-Bahn. Straßbahn-Gleis verfolgen. Passt schon. Arme. Interessant, wusste ich nicht. Da darf keiner kommen. Warten wir mal. Zwang. P голem. Vorher. Dramatik-Ferriff. Zwang. Spannung. Hey, Mike. F, hey, wir brauchen zu sprechen. Quick, meet mich an die Oiled Derricks, just outside der Stadt, Elboro Heights. Und sicher, dass du nicht aufhörst. Mann, das nicht so gut klingt, Mann. Schau, ich bin auf meinem Weg. Dave, was das war das? Du hast keine Spooks, die ich gerade in die Zeit habe? Ich bin sorry. Sie sind nicht so nett, wenn das eine Konzellation ist. Was ist passiert? Es gibt ein großer Target, da unten. Was in den Schatten. Die Daten und die Algorithmus sind auf die Schatten. Wer findet es, die Büro oder die Agency, wird eine große Bumpe in der Betriebe bekommen. Wie ich mich über deine Betriebe bekommen habe. Ich bin weg, Dave. Du bist nicht. Ich muss dich treffen, mein Boss. Wir werden in der Stadt, in der Pläse, zwischen dem FIB und dem IAA-Bilding. Der IAA-Bilding? Du schaust mich nach dem Span, ich habe mit diesen Agency-Minnen? Schau, sie werden nicht schauen da. Sie nie erwarten einen In-Side-Job. Ich bin weg, ich bin weg. Und auf hier. Was ist das, Homie? Ja, ich war. Ich glaube, ich war. Ich weiß, ich war. Ich weiß, ich weiß, was ich weiß. Jesus Christ, Franklin! Ich habe so viele Geschichte, ich kann sie nicht mehr halten. Ich bin voll von verdammt. Ja, aber dein verdammt verdammt hat mich viel Geld. Ein Spiel mit dir, ich habe mehr Geld als ich früher hatte. Ja, ich bin ein großer Thief, aber das andere, was ich nicht herausfinden. Also, was ist das Problem? Was ist das Problem mit dem Büro? Dieser Clown. Ich meine, er ist ein okayer Mann. Fassierer. Wir haben ein Problem. Ein lange Zeit. Es ging nicht ganz genau wie es war. Der falsche Mann wurde getötet. Also, ich musste in ein bisschen wie ein Informal-Protektions-Protektionsprogramm. Er hat mich geholfen, ich habe nicht herausgefunden, was er. Und alles war cool. Die Probleme begannen, wenn ich in der Zeit bin, bin ich unabhängig. Ich meine, er kommt, beginnt zu beantworten, zu sagen, zu machen. Ich meine, ich meine, Franklin, ich arbeite für die verdammt. Oh, fuck, Mann! Oh, fuck, Mann! Ja, und das ist noch nicht die schlimmste Sache. Ich sage dir immer über Trevor? Mann, ich denke so. Oh, shit. Ja, wenn du nur so denkst, dann bin ich komplett ehrlich. Er ist... Er ist... Ich weiß nicht... Hell, geht auf der Erde. Das ist das, er ist. Wir holen uns diesen Mann. Oh, ja. Good luck mit dem. Shit. Ich meine, Trevor und ich haben eine Geschichte. Eine komplizierte Geschichte. Ich meine, ich habe viele Dinge, die ich nicht stolz bin. Okay? Ich habe nie gesagt, dass ich ein Engel bin. Aber du kennst, Trevor, Franklin. Du versuchst, dass ich ein Engel bin. Ich weiß nicht. Also, was ist das, Mann? Ich weiß nicht. Fuck! Ich werde... ... 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